wieso bin ich im store jetzt tiefgold eins ich hab neun dem soll ich das geben den bogen upgraden oder ja kostet 50 gold ich hab nichts bekommen ich drück drauf und da passierte mir nichts jetzt hast du meins gekriegt ach eben das dauert kurz bis er das aktualisiert jetzt habe ich 36 ja ja ich drücke gerade noch eben drauf bis du alles hast give uno gold irgendwie 37 38 38 das war meine jetzt 40 mein gott kannst du hier fünf auf einmal kevin fünf auf einmal kannst du auch geben ja hab ich ja gerade versucht macht er mir nicht einen macht aber auch nicht aus dem shop raus also mit einem gold funktioniert das jetzt vielleicht war das weil ich auch im shop drin war das kann sein ich gebe aber du bist ja absolut im ball du hast die meisten kills hier wer also ich kann nicht mehr geben bei mir steht bei 21 gibt nicht mehr raus wer wer hat die meisten kills aber warte mal ich kann mal bei kann mir noch so ein hier dingen holen für 20 ich verstehe das immer noch nicht ganz mit der anzeige ich bin ein bisschen blöd das ist einfach nur viel kills du gemacht hast ich habe 113 gemacht oder was du stehst ganz unten so wie wir rechts bei total gold steht ach so 100 ok all players hier little fuel also 100 127 habe ich gemacht ja so seite soweit ja aber ich kann jetzt ja keinen upgrade holen soll ich mal so ein doppelgold holen ja dann hol mal doppelgold ich habe 127 gemacht das gilt für alle meine ich okay ich hole mal eins so muss ich auf die füße werfen ach da doppelgold ne da warte ich mal bis wir alle zusammen stehen brauchst du nicht das automatisch alle ich bin einfach mal cool ich trinke jetzt in der aufnahme mache ich die ganze zeit all players double gold ok sind wir soweit ich bin soweit ja gut so ich bin fertig mit trinken was kommt skelette oder so ne und skelette ok und auch wieder an allen vier tauern so wie es aussehen ich gehe wieder in die ecke ich guck gerade wo kein spawn ja ich bin grad hier schon an der ecke wo keiner spawnt ich bin auch ich bin auf der anderen seite kevin ok ich helfe dir komm mal zu euch ich mach das pass auf hinter dir wizzerskelett ja ich bin fast auf scheiße alter alter die wizzerskelette halten aber ordentlich was auch sie halten viel aus 22 schuss ja die normalen auch bei mir jetzt gerade ja bei mir auch ach da du bist da noch mit dabei alter das ist echt knackig hier ohne scheiß also ich meine mann gerade auf normal leute wenn man das nur mit dem team jetzt so macht ist das eigentlich ganz cool ja alter stell dir das mal in hart vor oder in noch hertha das gibt ja noch dann über hart das ist richtig krass denn da kriegst du gar nichts mehr gerult da da muss der profis für sein ja aber so geht es einigermaßen ja ja so ist doch vollkommen cool ja so ist doch voll relaxed hier ich muss gar nichts machen außer immer so ein bisschen ah scheiße noch zehn sekunden ich will noch meine golddingen voll haben ja ich hätte meine 50 auch gerne voll aber ich krieg keine kills zusammen ja komm ich bin nur am killen hier nein mir hat nur einer gefehlt mir fehlen noch 5 scheiße ich kann mir einer von euch ein gold geben ja ja ich geb dir mal einen rüber eben meine gold christel nicht doch klar kann ich dir auch gehen alter hab ich mal wieder gut kids gemacht so gibt gold oben drüber ist einer rot player eins ja hab wunderbar danke doch was kommt als nächstes für eine wave das double gold hat sich gelohnt ich glaube da hole ich gleich noch mal ein ja was kommt als nächstes wave 8 ist magma cubes magma cubes okay dann mache ich schwert und die abilities achta ich hol mal wieder so ein doppelt okay das sind das sind 24 waves die wir die kommen ja da würde ich sagen dann wird das bei mir immer so in mehreren parts kommen so über die zeit dann damit die zuschauer das wissen das wird bei mir dann so als mehrere parts kommen sie zwischendurch ja was schon gedrückt geht schon los ja wer ist denn jetzt wer ach ich bin blau ist ich bin grün ich habe die meisten kills okay ist ja cool das ist nach farben sortiert ja grün ist bauer nee du hast die wenigen lp wenigsten kills sogar richtig ich habe das eben gesehen jeder figur ist die farbe drin ja jetzt endlich sag mal was ja ja gut jetzt läuft so die rave gestartet jo ach und die drei farbigen balken sagen dann die upgrades aus okay ja ja okay so magma cubes jetzt jetzt checken das die sollten zu packen sein ja die frage was die sind voll geil hier kannst du voll gut farben also huch alter kommt ja so ein riesen nur das ist immer das problem die werden immer immer kleiner das ist ja ja klar enning pass auf du stehst mittendrin heiße scheiße scheiße okay die machen noch mehr der mensch ja ich glaube ich hätte auch lieber mit dem bogen arbeiten sollen aber jetzt zu spät so jetzt geht das hier mal rund objooks wir müssen packen jeder comedy ist es ist einfach hier ja das glaube ich ja das sieht auch gerade einfach aus kackleinen wichs fischer hier aber kriegt aber für jeden kleinen gold cool ja kriegt man ja der bogen der dauert mega lange bis der schießt ja das richtig aber ich habe jetzt gerade ich hatte gerade voll den hohen ping wieder aber jetzt geht es wohl wieder naja deswegen habe ich gerade kurz gewartet ja ich hatte eigentlich in chat geschrieben ja aber irgendwie ist das nicht durchgekommen ja jetzt habe ich nur 53 oder war es ja ja so ist dumm ist das denn ich habe voll die meisten man ihr könnt das einfach nicht lesen ja ich bin soweit bogen zombie schweine auch die gehen ja das geht obwohl zombie pigments passt auf die machen übelst viel schaden ja ich weiß deswegen mit dem bogen ready set go ich bin auch tot alter ich hatte voll die masse bei mir alter alter ist ja voll die masse was willst du hier ist dann nicht wahr geben die immer nur ja ist doch leben richtig wie geil da oben sind das sagt das sind ja krallen das sehe ich ja jetzt gerade erst nice wuhr easy going bitches ja toll du stehst er steht da und chillt erstmal wie lustig naja ich drehe meine däumchen so genau bohr vielleicht auch nochmal in der nase so ja 10 sekunden 10 sekunden noch im prinzip kann man ja gar nicht verlieren wenn du stirbst irgendwie ja das stimmt nächste runde bist du ja wieder drin also von daher ja nur das problem dabei ist du verlierst gold ne ja gut aber all cool du kannst dir ein upgrade kaufen auf jeden fall ja ich werde nie soweit sein ist nur die frage was jetzt als nächstes kommt warte ich guck mal was kommt als nächstes das war jetzt wave 9 picky bones picky bones picky bones was auch immer das ist keine ahnung warte ich kann man das essen ich weiß es nicht zombie pick picky bones attack die man das war ein normales schwein aber das wäre ja mal total easy ja das wäre easy come easy go so toll jetzt habe ich nur 54 wenn wir da da hab ich dann können wir da starten hä können wir ich habe ein steinschwert dann kann ich dir in den schädel ja du bist gerade gespawnt so geh schon los 100 100 gold pg bonus round ja wow 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 was schweine oder was lol roffel aber wie die abgehen alter was sind das denn für süße schweine boah das sind ja mal voll die speed schweine wieso hast du auch ein gold schwer äh ein steinschwer alter schweine ey hast du irgendwie speed genommen oder was aber nicht bei mir ich habe das nicht ja das musst du erst noch kaufen achso boah alter wo ist das wo ist dieser scheisschwein alter es hat erstmal die klippe runter ja es hat äh hyperaktivität dauer in gold 101 boah alter alter das wars ja alter guck mal auf meine gold wieso kriegst du so viel man ich krieg nie so viel alter weil ich ja teil so oft getroffen hab anschein alter erst mal hier upgraden gehen lol alter jetzt gehen wir erstmal einkaufen ich will auch ein schwert haben kannst du mir ein schwert machen rüstung das ist ein schwert mir upgraden so mob level 2 rüstung so jetzt habe ich auf jeden fall jetzt halte ich schon mal mehr aus das ist schon mal ganz gut guck mal die sau hier drückt sich instant zweimal ein rüssi buff rein so jetzt kommen wieder zombies aber mob level 2 diesmal ja gut das dürfte machbar sein so seid ihr alle soweit ja ja sicher trööste broad rave elf zombies mal zombies times 4 zombies werden initialisiert Die spawnen überall, okay. Ja, Zombie! Echt? Die spawnen überall? Ja. Oh nein, tut mir das nicht. Alter, ich krieg nur noch ein halbes Herz Schaden von denen. Okay. Boah, die halten aber mehr aus. Alter, Alter, Alter! Juhu! Was ist da los? Was ist da los? Ey, ich mach das jetzt wie bei Waincraft. Einfach drum herum rennen. Ich lauf einfach nur hier rum, so dies da. Gibt auch trotzdem nur ein Gold? Auf, auf, ne? Ja. Boah, Alter, wir müssen da vorne zusammenkriegen. Mann, das Schweinschwert trägt mir gar nichts. Machst du gerade auch die Waincraft-Taktik? Joa, ich versuche, ne? Doch, schön. Alter, die Katastrophe. Wir treiben die alle in den Kreis. Alter. Ich bin gleich tot. Nein, 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 nein! Mal regenerieren. Ja, ich muss auch raggen. Okay. Schön, dass du die alle aufhältst. Alter, geh was ab. Oh, schnell weg hier, schnell weg hier. Ich hab nur noch zwei Herzen. Ja, hab ich gerade, hab ich gerade. Find ich schön, dass ihr die alle benutzt. Er nimmt da. Alter, Alter, noch zehn Sekunden. Super, zwölf Gold. Kann ich mir nichts holen von. Nein, 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 nein. Jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt. Ja, das war schon. Oh, hab ich jetzt ein Glück gehabt. Ich war runter bis ein Herz, ja? Und hab mich hochgeneriert, ey. Ich auch. Oh, krasse Runde. Geil, Mann. So ein TNT-Block kostet 25, ne? Was kommt denn jetzt? Spinne Level 2. Ah, ne, doch. Äh, wo waren das hier? Abilities. TNT 25 Gold. Kill us all mobs. Natürlich die Frage dann, ob's die einfach nur umklatscht oder ob man dann auch das Gold dafür kriegt. Hm, dann weiß ich nicht. Ich würde sagen, lass uns lieber Double Gold nehmen. Da kriegst du Gold für. Dann geb ich dir nämlich eben kurz die, äh, Dinger. Die Gold-Dinger. Da kriegst du Gold für, äh, da kriegst du Dings für. Die Gold... Kriegt man Gold dafür, weil man den mit TNT wegbombt. Ja, kriegst du. Nimm lieber das Double, wie gesagt. Das ist besser. Ja, mach ich. Ähm, Player 2, ne? Ja, genau. Ach, die Kuchen, die... Der blaue. Muss einfach nur nach der Farbe gehen. Ja. Lädt der Kuchen sich... Jetzt gibst du grad'n Bauer. Hä? Du gibst dem Bauer grad das Gold. Ja, lol. Ja, ne, das geht's auch nicht. Du musst nach der Farbe in den Namen gehen. Das find ich aber gut, ne? Äh, blau. Ja, dann kannst du mal direkt mal wieder den Standard-Aids und gib mal, der braucht das. Nee, ich möchte das behalten. Guck mal, ich bin jetzt auf Platz 9. Das ist doch... Äh, auf Platz 9. Auf Platz 2. Ich geb dem Bauer, weil der hat jetzt fast 25, dann haben wir wieder alle Double Gold. Ja, warte. Wo wäre ich denn? Blau, ne? Blau kriegt jetzt hier 5 Stück. Ja. Du hast 5 Stück gekriegt. So. Double Gold. Perfekt. Sehr gut. Gib her. Was? Äh... Das musst du gucken, das liegt manchmal auch hinter dir. Nö, der sponnt das gar nicht. Äh... Äh... Drück nochmal drauf. Return. Gib mir nochmal rein. TNT. Dein Name meint... TNT. So, hier. Double Gold. Hä? Geht nicht. Kaputt. Die, der gibt es dir nicht. Alter, ich bin jetzt... Bist... Bist der König, oder warum hast du eine Krone auf? Dann gib mir mal das ganze Gold, dann probier ich das mal. Warum hast du eine Krone auf? Bist du der König, oder was? Äh... Äh... Scheint so. Kevin, bist du König? Das Kind zeichnet den Babo. Oh, ja. Die Sicherheit, das. Ich kann mir nichts kaufen, das finde ich voll traurig. So, jetzt probieren wir mal, ob es geht. So, Abilities. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß das nicht, du. Das wäre jetzt viel zu kompliziert. Oh, Double Gold. Ah, jo, hab. Ich komm zurück. Ich will das mit dem TNT mal nächste Runde ausprobieren. Ja. Oh, stellt euch mal alle mal mit hier. Alle mal da dran. Machen wir Group Picture. Achso, ich will auch was. Oh, ich will... All Players, perfekt. Haben wir zweimal gekriegt? Ja. Was? Dark Neo Used, Ife Used Double Gold. Äh, Raufel. Ja, läuft, ne? Also, vierfach Gold? Cool wär's. So, Leute, ich spawn die Wave. Ich bin dabei. So, Welle 12. Wave 12. Ah. Spinnen. Spider x 4. Ja, wieder Bogen. Und wieder an allen vier Towern. Na, Jackpot. Oh, wow. Ja, super. Weiß, erstmal was essen hier. Wow. Wow, weg, 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 weg. Nee, gib nur einmal Doppel Gold. Okay. Guck euch mal zu. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich muss weg. Ich muss weg. Wow, 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 wow. Ich muss auch hier weg. Ich bin einfach mitten drin stehen geblieben, wo ich gerammt bin. Oh, scheiße. Na, ist doch okay, weit läuft. Ey, was da dann los? Das verstehe ich noch nicht. Alter, wie die alle zu dir gehen. Jetzt schau wir dich. Jetzt schau wir dich. Nein. Oh, voll der Batzen da bei dir. Alter, das war jetzt auch zu viel. Guck dir mal den Haufen da hinten an. Sag ich ja. Alter, wie krass. Okay, gleich nochmal, würde ich sagen. Du hättest noch 10 Sekunden gehabt, Mann. Das hättest du aushalten können. Alter, wie lang die Folge jetzt schon geht, ey. Ja, ja. Wir schneiden die ja hinterher. Ja, ja. Bei mir kommen die dann immer so... Keine Ahnung, wie ich die raushau mal schauen. Ach, kommt schon die nächste Welle? Ja, ja. Ich hab schon gedrückt. Oha, ich muss mich ja positionieren. Was kommt denn? Äh, Spider. Auf was muss ich mich einstellen? Spinnen. Wow, Alter, hau mich nicht, hau mich nicht. Sorry. Hast mir halbes Leben schon abgezogen? Nur von die Scheiße hier. Och man, ich hasse Spinnen. Ja, ich auch. Pass auf hinter dir, Shanai. Mann. Mann, muss ich sterben. Alter. Ich muss mal gucken hier. Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Oh, ist mein Kopfhörer auch noch rausgefallen. Scheiße. Oh, fuck. Alter, ihr macht das gut, Jungs. Ihr macht das gut. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft? Du hast überlebt. Du hast überlebt. Ich war gerade mitten im Haufen gewesen, da ging gar nichts mehr. Alter. Alter, wie viel pullst du? Was soll ich machen? Ich versuche jetzt zu überlegen. Alter. Du hast die ganze Karte gepullt. Alter. Du hast die ganze Karte gepullt. Das ist aber... Du hast die ganze Karte gepullt. Das ist aber in extrem, Alter. Das ist mega extrem, wie viel du da spawnen, ey. Oh ja. Wir müssen das im Prinzip so machen, dass wir uns alle drei an einem Tower festsetzen. Einer tut hier spinnen, dann klatschen die bei uns direkt am Tower spawnen und die anderen zwei können über den Bogen die anderen Tower unter Beschuss nehmen. Ja. Anders haben wir eigentlich keine Beschuss. Welchen Tower sollen wir den gleich nehmen? Hier den direkt. Ja, da wo wir spawnen. Ja, genau. Dann nehmen wir den hier. Gleich nach rechts. Abgedrückt. Was kann man da oben machen mit dem Redstone? Was? Das ist Admin Panel zum zurücksetzen. Achso. Welchen nehmen wir? Hier vorne, hier beim Zombie. Ja, ja. Genau. Einer hält dann die Spinnen hier am Tower weg. Und die anderen gehen mit dem Bogen hier wandern. Hauptsache überleben, sag ich mir mal, ne? Ja. Das ist das Wichtigste. Und Goldfarmen, ne? Ja, ja. Aber das ist blöd, jetzt haben wir die Double Gold verloren. Ja, das ist jetzt richtig, richtig ätzend. Ja. 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 Oh, Alter. Kackfiecher hier. Alter, das war jetzt... Wow. Wer, wer haut mich denn hier? Tag, ne, sie nehmen mir immer meine Spinnen weg. Das finde ich nicht in Ordnung. Ja, ich bin gerade nur am gucken, dass wir alle überleben irgendwie. Ja, ich hilfe dir, aber lass mir ein bisschen Zeit, okay? Oha. Genau, geh du da hinten in meine Ecke. Ich bin gleich tot, nur so nebenbei. Ja, ja. Wow, wow, wow! Ich bin tot, wollte ich sagen. Ich bin tot. Oh, Alter. Nein, nein, oh nein Sind sie gestorben? Ja, die Spinne hat mich noch In den Dingen reingekistet Die sind alle gestorben Scheiße Und gleich nochmal Leute Wieder an dem gleichen Turm Ja Und wir müssen jetzt mehr aufpassen Also Henning, du guckst jetzt da um die Ecke Wo du gerade geguckt hast Konzentrierst dich nur da drauf Ich konzentriere mich auf den gegenüberliegenden Turm Und Schanai, du wieder von hinten Ja, das läuft Gut, gedrückt haste, alles klar Ja, wir müssen werden ja eh wieder in die Mitte gespawnt Ja So, jetzt Hier hinten Wo? Ah, ihr seid auf dem anderen Scheiße Ich bin voll in die falsche Richtung gelaufen Aber ich kläre das hier erstmal mit den ganzen Spiders Oder auch nicht Je nachdem Wo seid ihr denn? Ich brauche eure Hilfe Aber hier, hilf mir nicht Ja, ich bin hier gerade auch mit dem Spanner Ich bin tot gleich schon wieder Nein Gucken, dass sie irgendwie überleben Alter, jetzt brauchen sie aber hier richtig viele Jetzt gehen sie insane So, passt du da an der Ecke auf? Ich sicher die jetzt hier vorne Ja Ich bin tot, ne? Nur so nebenbei Gut, alles klar Dann sicher ich hier um die Ecke Weil Da Wir werden jetzt keinen anderen Turm damit verbrauchen Das ist zu gefährlich Scheiße Weg, 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 weg Pass auf, hinter dir Hinter dir So, wieder an die Position Ja, ja, schon auf dem Weg Geh auf deine Position, Mann Boah, ihr rockt das, Mann Ihr rockt das Zehn Sekunden noch Sehr schön Geil Boah, perfekt Boah Alter, das war jetzt aber auch schwer gewesen, ey So, ich muss ja Ich muss ja jetzt wieder mitspielen Was kommt jetzt? Warte mal, wie viel Ne, scheiße Wir kriegen keine 25 zusammen Das hätte ich gesagt Double Ne, noch nicht Okay, weder gleicher Turm Weder gleiche Taktik Ja, ich versuche Ich versuche auch mal wieder Zum richtigen zu kommen, ne? An welchen gehen wir? An den rechten hier? An den, wo du Ja, wieder an den gleichen Da, wo du drückst, immer, ne? Für die Wave Ja, wir haben jetzt Skelette Das wird jetzt scheiße dir Aufreicht Achso, auch hinter dir Alter Boah, die sind ja mal richtig heftig Alter, was halten die alles aus? Ey, so ohne Witz Richtig krass Und trotzdem Drei Ja, die gehen ja davon aus, dass du in den niedrigeren Dingern schon Upgrades kaufst, aber Da wir ja bis jetzt immer so zwischendurch gefällt sind Ja Ja, wir haben natürlich jedes Mal einen Haufen Gold verloren, dann wegen dem Sterben Ja, richtig, sonst hätten wir schon alle Beweis gehabt für ein Equip Ich bin ja jetzt hier am besten dran, weil ich hab ja schon zweifach Rüstungs-Upgrade, ne? Ja Ich hätte den Bogen upgraden sollen, verdammt Ja Ja, das mach ich aber auch Ich kann genauso Ja, ist die Frage, wenn man jetzt zurücksetzt, kriegt man dann das Gold wieder? Ne Na, super Ein komplettes Spiel wird zurückgesetzt, alles Ne, 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 ne Ich mein, du kannst ja deine Abilities zurücksetzen, deine Upgrades Ja, ja Das mein ich Ich hab schon 5 Gold, 5 Gold Das weiß ich aber nicht, ob du dann komplettes Gold zurückkriegst 10 Sekunden noch 10 Sekunden noch, das schaffen wir Ja, dann kriegen wir aber keine Kohle zusammen Alles klar, ich kann uns gleich wieder Double Gold holen Alter, der Bogen Der Bogen braucht einfach immer so lange, um zu laden Das ist irgendwie dumm, ey Ich hab nur 6, ey, Mann Och, Mann, oh Ähm, wo ist der Shop, da? Ne, da nicht Jetzt hätte ich fast die nächste Wave gestartet Ich hol mal kurz Double Gold, ne? Ja Oh, ich chill hier, ne? Ganz easy Abilities Mit dem Kuchen hier Double Gold Alter, ey, da Aber der Bogen braucht einfach so lange, um zu Zu spannen, dass ich Ja, das stimmt Dass du da nicht so viele Künzeln brauchen kannst Du kannst aber auch ein Upgrade holen, dass du schneller schießen kannst So Ja, das dauert ja aber Ich kann das ja noch nicht für 6 Next Wave Ne, brauchst du 50 Gold für Ja, hast du welche? Ja, ich nicht Nee Siehste Komisch, ne? Creepers Ach Gott, ich verpiss mich wieder hier hinten in die Ecke Ja, ich geh mich jetzt hier auch mal verpissen Nooooh Okay, ich hab'n Turm gefunden, wo ich stehen kann Das ist perfekt Solange du nicht meine Creeper nimmst, ist das alles kein Tier mehr Ne, ne, ich versuch's nicht, also Du stehst da an der Ecke, ja, super Ich attack grad den Creeper vom Nachbartour Oh ja, ich hab' hier ein paar Okay, sehr gut Halt, da was halten die alles aus? Das ist ja Wahnsinn Ja, das ist richtig heftig Hey, ich lagge Oh fuck Hä? Oh! Wow, 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 wow Merk Alles cool Guck mal, hier, da tun die einsteigen Creeper neben mir, was ist hier los? Ja, ja, ich weiß, die sind hier gerade explosiv Ey, hochexplosiv und ich lagge Nein Ich merk's, danke und tschüss Toll Scheiße, alle tot Scheiße Ja Scheiße Fuck, jetzt natürlich wieder jede Menge Fuck, wir hatten nur 10 Sekunden, Alter Oh Das wär schön gewesen Aber ich lagge Okay Warte, warte, warte Wann ich Gold zusammen gehabt, dann hätt ich mal so ein TNT-Packchen geholt hier Warte Ja, zurück Alles zurücksprengen, ne? Ja Ja, einfach mal probieren, wie's funktioniert Ja, sollten wir mal machen, ey Das machen wir auch, glaub ich, wenn wir die 50 zusammen kriegen Ja Probieren wir das mal Ähm, seid ihr soweit? Jo Ja, 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 ja Gut, ich hab gedrückt Okay So Geht schon los? Ja Was kommt denn? Ach, Mob, Mob Level 2 Creeper wieder Creeper Ach, Creeper, schon wieder? Die haben wir doch gerade erst Hey, Creeper, was geht? Boom Hey, Creeper, was geht? Alter Bauer, bleib mal weiter hinten Ja Da schaffen wir's, dass die hier Überall so grüne Pimmel hier auf der Map, ey Ja, ist ekelhaft, ne? Ja, echt, ey, so Penisse Das muss man echt verboten Verbieten Alter Oh, da kommt einer Ja, ja, ja Spräng ihn weg Scheiße, scheiße, scheiße Nein Alter, ich wollt gerade noch so ein bisschen Ach, du bist auch Ich wollt gerade sagen Wo bist du denn? Aber du bist ja auch noch da Ja, hinter dir Ja, ja, musst du gucken Da kommen sie alle um die Ecke gewandert Und du machst einfach nichts Ja, ich, was soll ich machen hier? Ich schieße doch schon Ja, schießen Schieß doch, schieß Oh, oh Oh, fast in die Lava Krass Jetzt hast du gepullt Ja, geil, Mann Das ist gar kein Thema Aha, dat will ich sehen Das klären wir Lol Ja, läuft halt, ne? Alter Alter, ihr leckt's gerade megamäßig Ja, was Ist echt so Hilfe Alter Ja, 10 Sekunden noch, Jungs Das schaffen wir Ja, mit 4 Gold Was willst du damit? Ja, aber Wenn's die Wave geschafft, ne? Echt mal Ja, 6, komm wieder spinnen Das ist auch nicht besser Oh, nein Sag du Oh, nee Spinnen Ey, ich bin der Beste Ich war der Boah, ich war der Beste in der Runde Ich freu mir Aber Spinnen gehen ja noch Wenigstens Sie kannst du noch einigermaßen jagen Können wir? Ja Hau rein Wie ich einfach mal null gerüstet bin Zombies und Spiders Oh shit Oh shit Das kann heftig werden Das kann richtig Wo geht ihr hin? Wo geht ihr hin? Hier, zu dieser Ecke Das find ich toll Ja, hier hinter Dann sehen die spinnen dich Ach, die spawnen an beiden Towern auch noch Pass auf, hier kommt einer Ja Boah Alter, Kollege Scheiße, vor mir Was? Ich bringe euch mal ein bisschen was zum Spälen mit Ne, hör auf Lass das Ne, ne, hör auf Ey, ey, Kollege, Kollege Was soll das? Alter Junge, Junge, Junge Jetzt kommen die ganzen Mobs hier Ich bin weg, ich bin weg Ich verstecke mich hinter den anderen Turm Ja, die kommen aber gerade alle Ah, verdammt Boah, schön, hier spawnen gerade nur Zombies Das geht Bin weg Nein, nein Alter, Alter Huch, huch, was machst du denn? Bist du afglitscht? Bist du afglitscht? Ach, du auch, scheiße Okay, das müssen wir jetzt packen, Jungs Das müssen wir packen Wir haben alle null, oder was? Was kommt jetzt? Ja, ja Was kommt denn jetzt für eine Wave? Der gleiche, bedankt Zombie Und Spider Oh Gott, nein Wo geht ihr denn hin? Oh doch Wo geht ihr denn hin, hier? Ich freue mich auch nicht, aber es ist so Ich gehe hier hinter den Turm Bleib da, wo du jetzt bist Ich höre das, das ist gut Weil wenn ich die Seite hier verteidige, dann geht das Okay Dann mache ich ein bisschen den Hunter von hinten, ne? Ja, ja Ich bin hier an der Ecke Pass auf, die kommen jetzt alle Oh, pass auf Vorsicht, Vorsicht Wow, 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 was machst du denn? Hier kamen jetzt auf einmal so viele Oh, what the fuck, Alter Junge, Junge, Junge Ich bin gleich tot Ja, ich bin tot Ich versuche jetzt hier irgendwie zu überleben Ja, ich kann da nichts mit machen Weil einfach Wenn die so viele kommen, ey Was soll man da denn machen? Kack, Legs hier Da machst du nichts mehr Ja, das ist echt so Weil so viele auf einmal sind und so Alter Alter Die Spinnen, die bämmen dich so weg Voll die Masse, Alter Alter Way failed Ja, tolle Wurst Alter, ey Diese Spinnen, ey Diese Spinnen sind echt mega Oh, ja Mega Scheiße, wir hatten noch 10 Sekunden gehabt Dann hätten wir das gehabt, ey Scheiße Ja, ist nicht das erste Mal, dass noch 10 Sekunden gefestet Ja, wollte ich gerade sagen Das ist aber ein langer random Sonntag hier, wa? Wo geht ihr hin? Rechts, 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 oder was? Ich gehe wieder hier hin Ja, ich auch Eisheim-Bogen-Upgrade wäre nicht schlecht Das wäre echt, das wäre echt super Boah, Alter Pass auf, von hinten, von hinten, von hinten Boah, diese Spinnen, Alter Scheiße, Scheiße Ich bin down Ach, Mann Ich spring jetzt hier rum Ich muss irgendwie mal leben Ja, aber das Problem ist Ich spring auch immer um den Tower rum Aber dann kommen von der anderen Seite immer die ganzen Alter Siehst du, jetzt kommen wieder von vorne welche Alter, wie du einfach mal da rumrennst Ich versuche jetzt überhaupt zu verlieren, Leute Oh, Scheiße Oh, Scheiße Du bist auch down Oh, Mann, war echt so geil Aber nice Ich bin da kommt, Bäm Nice, nice, nice Alter, das ist ein geiler Spielmodi, muss ich sagen Die gefällt mir richtig Ja, ja, definitiv Aber ziemlich Mega, mega Laune Richtig hart, ja Also ich glaube mal, wenn du das alles schaffst, alle Wellen zu überleben Dann kommst du auch wesentlich einfacher zurecht hier im normalen Modus Weil du ja auch wesentlich schneller equipped zusammenkriegst Ja, ja, das ist das Problem Ja, normalerweise, wir hätten ja schon besser equipped sein können, aber Ja, ja, ja Man verliert es halt ja immer Ja, wir fehlen halt aus Leidenschaften Oder wie war das Boah, Alter So, ich kann die Ecke noch ganz gut halten Ja, toll, jetzt hast du die alle auf mich gebracht hier, oder was? Nein, leckt das bei euch auch, steigendisch? Ja, ab und an, Mann, ne? Ach, scheiße Oh, nein Ich krieg noch nicht mal irgendwelche Golden, ey Mann, was ist denn das? Scheiße, drin Alter, jetzt hast du ja schön Spaß da, ne? Ja, Alter Du machst ne Volonaise, Junge Du machst ne Volonaise, guck dir das an Du machst die Volonaise Nein, oh, nein, ich bin doch Hast du gesehen, wie das aussah? Alle reihen sich aneinander auf hinter ihm, ey Alter Einfach geil Ihr merkt schon, Leute, wir haben sehr, sehr viel Spaß Alter, ich Kann das nicht wahr sein Ah, ich hab keinen Bock mehr Mann, ich bin doch voll gar nicht equippt, Mann Ich hab gerade mal das Schwert-Upgrade, mehr hab ich auch noch nicht Hä, ihr habt alle 200 Kills Ja, ich hab Schwert-Upgrade und zweifach Rüstung, da bringt mir trotzdem nicht was ich spiele Ich hab erst noch nicht mal 100 Kills, ey, wie macht ihr das? Das ist, weil ich die ganze Zeit mit dem Bogen arbeite, das ist das Ding Hinter dir Was? Ich mein Shanae Achso, okay Lass auf Alter, wie viel die aushalten einfach mal Lass uns alle hier an der Ecke bleiben, wir müssen uns gegenseitig helfen Oh, Entschuldigung Hinter uns Oh, laufen wir doch alle voll ins Messer hier Ja, passiert Ah, ich bin tot Oh, ich hab einen goldenen behalten Wie geil Scheiße, fuck, gleich tot Ja, ich auch Äh, neun Du hast neun jetzt, komm, zehn kriegst du Und dann stirbst du Ja Wahrscheinlich Lauf hinten rum, lauf hinten rum Oh, geil, geil, ihr seid gut, ihr seid gut Pass auf, die Spinne, nimm die Spinne zuerst Ja, ich renn Ich renn Versuch jetzt hier alles Ja, jetzt, jetzt bist du tot, weil da kommen jetzt richtig viele Scheiße Alter, Spinne Oh, nein, nein, weg Oh, scheiße Schade Ah, schade Jetzt mal lauf Nein, nein, nein Oh Oh, schade Sekunde, habt ihr schon die Wave gestartet? Ja Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, weil meine Okay, geht weiter Hui Oh, Alter, diese Spinne, Alter, die geht voll nervig, ey Wo seid denn hier? Oh, ihr seid am anderen Ende, shit, 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 shit Ich bin voll falsch abgewogen Ja, ich hab mir die Stelle erwischt, wo hier alle Spinnen sind Ja, meine, 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 äh, pass auf, ich komme hier mit ein paar, äh, Leuten so Wollte ein bisschen Party betreiben Äh, bloß sie, ich hatte die Ecke gerade sicher Ach Geiße, ich hatte die Ecke gerade sicher Oh, kacke Ja, Entschuldigung, ich hatte falsch abgewogen, weil meine Facecam ist abgebrochen von der Aufnahme her Ah Aber, nee, ist alles gespeichert, kein Thema, die hat nur gestoppt, weil ich eine Stunde aufgenommen habe und das war maximal Okay Alter, Alter, Alter Alter, Party Lauf, lauf, lauf hier rüber auf die rechte, linke Seite, linke Seite Ich laufe, ich laufe überall hin, Hauptsache weg Und jetzt gerade schräg rüber zum anderen Tower Schräg rüber Oh, ich bin Schräg, 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 schräg rüber Ja, 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 oh, nein Wer hätte schräg auf die andere Seite laufen müssen, da war Platz gewesen Ja Aber du hattest dich entschieden, zu einem anderen Tower zu laufen, was die falsche Entscheidung war Also jetzt gleich nicht wieder zu dem Tower kommen, weil ich kann den gut decken da, dann schaffe ich das Ja, ja, ich helfe dir jetzt auch, ich hab nur zu spät, äh, weggelaufen, weil ich halt meine Cam am Anfang Und immer schön hinter der Ecke bleiben, weil dann sehen die dich nicht Ja Was kommt jetzt? Oh, Zombies und Spiders Immer das gleiche wieder, immer das gleiche, solange du das nicht schaffst Achso, bis, achso, jetzt check ich das erst Ja, ich geh jetzt hier hinter Boah, wie viele hier auf einmal runterfallen, ey, was ist da denn los? Ja, das ist ja voll unfair Ja, ich bin tot, Freund, ich bin tot Soll ich da noch großartig machen, wenn die alle vor meiner Nase spawnen? Ach, nee Ah, nee, jetzt liegt's an dir, du musst das irgendwie schaffen Ihr seid mir winzig Äh, geh, geh nach hinten, nach hinten, nach hinten Nee, nicht da lang Genau, geradeaus, geradeaus, geradeaus Rückwärts, rückwärts, renn, 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 renn Versuch nur noch zu überleben Alter, die Spinne, ey, die Spinne ist mega krass Scheiße Ist tot Hm Scheiße, 10 Sekunden werden noch wieder ver... Boah, ey, das ist mega ätzend, ey Diese Wave ist aber auch einfach hart, ne? Ja Achso, es geht schon weiter Ich bin hier abgelenkt, gerade so Einfach mal so in der Aufnahme, scheißegal, aber Ich konnte ja eh nichts machen, aber ich war ja tot, gleich vom Anfang an, deswegen Ähm Was kommt? Ganz kurze Info, einen Versuch können wir noch machen, so circa Dann müsste ich aber aufbrechen, weil Platte läuft nämlich langsam voll Ja, ich glaube, dann reicht's auch, weil wir schaffen das hier einfach nicht Ja, an der Wähler hängen wir jetzt immer mit Simmel Ja Ja, das ist echt so Oh, Alter, ich bin schon wieder gleich tot, was ist da los? Ja, Mann Ah, die Welle ist auch mega krass, muss ich sagen Oh, ja Die ist echt krass Müssen wir mal schauen, sonst machen wir das nochmal irgendwie so für zwischendurch, wenn die Leute, die Zuschauer das so wollen Ja, ja, klar, der Server, der besteht aber nur noch, ich glaube, eine Woche oder so Ja, das macht ja nichts Ja, schade Hast aber gut ein paar mit runtergerissen Das erleichtert schon mal Ich meine, ich kann den Server nochmal verlängern, dass der bestehen bleibt, dass wir das hier einfach mal zwischendurch mal wieder aufnehmen können Ja, dann können wir auch mal irgendwie Maps tauschen Also, wenn die Zuschauer noch irgendwelche coolen Maps für die Game, äh, für die Modi, für das Für die Game-Modi haben, können sie die ja mal unten in die Kommentare reinschreiben Genau Wollen wir noch eine Runde oder wollen wir hier beenden jetzt? Also, ich müsste jetzt beenden, meine Platte ist nämlich gleich Ja, dann lasst uns jetzt hier beenden Ja, dann beenden wir jetzt Leute, ich würde sagen, es hat alles keinen Zweck gemacht, weil ihr habt ja gesehen, die letzte Wave Das ist hier hinstell Die haben wir einfach nicht geschafft, weil wir in den Anfangsdingern schon so oft verreckt sind Immer wieder Gold verloren haben und alles und Aber, wir werden das Ganze hier nochmal spielen Wenn euch das Spaß gemacht hat, dann könnt ihr uns das in Form eines Daumen nach oben zeigen Und wir würden das dann gerne nochmal hier aufnehmen So oder so, weil das hat mega, mega viel Spaß gemacht Auf jeden Fall richtig geil Ja, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht Ja, mir hat das auch Spaß gemacht, auf jeden Fall Das war richtig geil Richtig geil War mal etwas anderes War mal auf jeden Fall etwas anderes Das war auf jeden Fall mega cool Und wenn die Zuschauer noch irgendwelche coolen Maps kennen oder so Dann können sie die auch mal unten in die Kommentare reinschreiben Vielleicht tauschen wir dann noch Ja, dann tauschen wir nochmal die Map, so Map oder so Und dann Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, ne, wie immer Genau Und dann, würde ich sagen, ja Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Vielen Dank.